Wie häufig begegnet der Ansicht man heut, Och Gott, wie gemütlich war früher die Zeit. Man freute sich schon, wenn man nachts schön geträumt, Wär langsam gelaufen, hat er auch nichts versäumt. Des Morgens um acht los das Morgenblatt, man, Und abends um acht kommt das Morgenblatt. Man las alles zweimal, tja, man wusste Bescheid. Dieses Tempo wär heut eine Unmöglichkeit. Denn nie ist heut in Paris ein Floh früh um zehn, Dann hörst du's im Rundfunk schon um elf in der Zehn, Wenn früh sich am Nil die Eunuchen geschlagen, Dann siehst du's im Fernsehen schon am Abend in Hagen. Rollt mittags man Käse zur Bahn in Berlin, Dann riechst du den Käse vor Tisch und in Rieb. Man liest schon am Dienstag, was Mittwoch passiert. Sehen Sie, das ist das Tempo, was heut imponiert. Kommt früher ein Ehepass, bet nachts mal nach Haus. So zog sich die Gattin erst stundenlang aus. Eine Serie von Rücken umhüllte sich schick. Solch Lager hat heut keine Wäschefabrik. Und dann die Dessous und dann das Korsett. Er schnallt schon drei Stunden, dann kroch sie es ins Bett. Denn sorgt sie oft, Schatzi, ich bin schon bereit. Dieses Tempo wär heut eine Unmöglichkeit. Denn die Mode von heut schub ein anderes System. Heute heißt die Parole leicht und bequem. Heute braucht sich beim Ausziehen nicht ärgern der Mann. Nruff und n Schlüpfer, wer hat sie nicht an? Der Suess und Korsett sind der Frau heute fremd. Ein Ruck und ein Zuck und schon steht sie im Hemd. Und schon ist sie im Bett mit Creme tätowiert. Sehen Sie, das ist das Tempo, was heut imponiert.